Die Digitalisierung in der Wertschöpfungskette Bau bietet große Chancen. Doch bisher sind die Anwendungen für den Einsatz vom BIM, gerade für Neuanfänger, für Neulinge, durchaus eine Herausforderung. Das Wissen über Software ist aber ein entscheidender Faktor. Es fehlt Anwendern häufig eine praktische Übersicht über die für sie sinnvolle Software und inwieweit diese Software tatsächlich untereinander auch kompatibel ist. Eine große Herausforderung ist, die richtige Software für den richtigen Anwendungsfall zu finden. Das ist die hohe Komplexität, die wir hier haben. Es gibt sehr viele verschiedene Software-Tools, die jetzt miteinander kommunizieren müssen für die Auswahl der richtigen Software-Systeme. Da hilft die Plattform, weil dort die Software-Systeme dann für die verschiedenen Anwendungsfälle gelistet sind und man für die richtige Aufgabe das richtige Tool bekommt. Mit BIM Swarm entwickeln wir die zentrale Plattform für das digitale Bauwesen. Dabei geht BIM Swarm über einen einfachen Marktplatz hinaus. Ziel ist es hier vielmehr, die Integration der auf BIM Swarm verknüpften IT-Produkte zu stärken. Dies schafft Transparenz. Ein zentrales Element ist dabei die Qualitätssicherung der Unterstützung von offenen Datenformaten. Daher haben wir die Zertifizierung integriert. Eine noch weitergehende Integration schafft man durch das BIM Swarm API. Mit dieser offenen Schnittstelle wird es möglich, zwischen den Produkten zu kommunizieren. Bei der Konfiguration dieser Prozessketten wird der Anwender durch den BIM Swarm Composer unterstützt. Und im Zusammenspiel mit einem einheitlichen Anmeldungsverfahren, dem sogenannten BIM Swarm Single Sign-On, können digitale Prozessketten auf einfache Weise realisiert werden. Die BIM Swarm Plattform erleichtert die Einführung von BIM auf der Softwareseite. So können die Vorteile von BIM beim Planen, Bauen und Betreiben von Bauwerken auch in die Breite der Branche getragen werden. Ohne durchgehende Digitalisierung steht künftig der Erfolg vieler Bauprojekte in Frage. Die entscheidende Voraussetzung für den Einsatz von BIM ist jedoch, dass die Anforderungen an Daten, Prozesse und Schnittstellen eindeutig geklärt sind. Die herstellerneutrale BIM Swarm Plattform ist hierfür ein zentraler Hebel. Denn unabhängige Softwareprodukte und offene Datenformate getreu dem Open BIM-Ansatz im Projekt sind die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und effiziente BIM-Prozesse. Damit schafft BIM Swarm reibungslose digitale Arbeitsabläufe und wird so dazu beitragen, die Zukunftsfähigkeit und internationale Konkurrenzfähigkeit der deutschen Bauwirtschaft zu sichern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017